Virtueller Netzwerkerfolg Von Norbert Reinwand Netzwerken, wenn Sie nicht im Büro sind, kann schwierig sein, aber es kann eine der besten Möglichkeiten sein, Ihr Geschäft auszubauen und sicherzustellen, dass Sie neue Leute kennenlernen. Virtuelle Netzwerke ermöglichen dies, egal ob Sie sich im Büro befinden oder von überall aus arbeiten. Durch virtuelles Networking können Sie Online-Plattformen, soziale Medien und sogar Online-Webinare und Konferenzen nutzen, um Verbindungen zu anderen aufzubauen, auch wenn Sie sie nicht persönlich treffen können. Mit diesem Kurs lernen Sie, wie Sie besser Netzwerken können, um dauerhafte Verbindungen aufzubauen und Ihr Geschäft oder Ihre Karriere voranzubringen. Behandelten Themen Drei Unterschiede zwischen virtuellem und persönlichem Networking, Dinge, die nach einem virtuellen Networking-Event zu tun sind. Tipps zur Überwindung der Ungeschicklichkeit beim virtuellen Netzwerken für Unternehmen, Tipps zur Vorbereitung auf ein erfolgreiches virtuelles Networking-Event, Tipps für das Wachstum Ihres Unternehmens durch virtuelle Netzwerke, Zoom-Beherrschen für den Erfolg virtueller Netzwerke, Tipps zum Fangen von Introvertierten und Extrovertierten beim virtuellen Networking, Top 5 Tipps, um online eine Verbindung herzustellen, virtuelle Netzwerke für Unternehmen erklärt, die fünf schlimmsten Fauxpas, die man beim virtuellen Networking vermeiden sollte. Drei Unterschiede zwischen virtuellem und persönlichem Networking. Abgesehen vom Offensichtlichen. Schauen Sie sich einfach um und Sie werden feststellen, dass die Technologie auf dem Vormarsch ist und täglich mehr Social Networking-Sites erstellt werden. Daher ist es keine Überraschung, dass Menschen vom persönlichen Networking zum virtuellen Networking wechseln. Die Debatte zwischen den beiden dauert schon seit Jahren an und es gibt genügend unterstützende Informationen für beide Seiten, um für beide Seiten Argumente vorzubringen. Die ultimative Frage ist jedoch, ob persönliches Networking einen einzigartigen Wert hat, den virtuelles Networking nicht hat. In dieser Präsentation werden wir über drei Unterschiede zwischen virtuellem und persönlichem Networking sprechen. Der Moderator muss die Technik beherrschen, bei virtuellen Netzwerkveranstaltungen muss der Gastgeber mit der verwendeten Technologie vertraut sein. Darüber hinaus muss bei der Zusammenstellung der Inhalte die Plattform im Auge behalten werden. Schließlich muss der Gastgeber die Informationen so erstellen und präsentieren, dass sie mit der Plattform funktionieren. Eines der ersten Dinge, die der Moderator wissen muss, ist, dass er nicht einfach die Informationen einer Präsenzveranstaltung hochladen und erwarten kann, dass sie in einer virtuellen Umgebung funktionieren. Der Moderator und die Teilnehmer müssen sich an die Plattform gewöhnen. Schließlich läuft online alles anders. Dinge, die in einer persönlichen Umgebung vielleicht einfach gewesen wären, sind in einer virtuellen Umgebung viel komplizierter. Daher muss sich der Moderator mehr Zeit für die Planung, das Skript und das Üben der Sitzung nehmen, als dies bei einer Präsenzveranstaltung der Fall wäre. Darüber hinaus müssen Moderatoren eine Umgebung schaffen, die für die Teilnehmer angenehm ist. Dies kann bedeuten, dass sie ihnen den Umgang mit den auf der Plattform verfügbaren Tools beibringen. Der Zeitaufwand für Aktivitäten in einer virtuellen Umgebung ist anders als in einer physischen Umgebung. Einführungen gehen in der Regel schneller online, wenn die Teilnehmer lediglich einen Klappentext in das Chatfeld eingeben müssen, anstatt mehrere Minuten mit mündlichen Einführungen zu verbringen. Andererseits kann der Beginn der Veranstaltung etwas länger dauern als bei einer Präsenzveranstaltung. Erwarten Sie nicht, dass sich die Teilnehmer um 10 Uhr anmelden und dass sie gleich um 10 Uhr beginnen. Sie benötigen Zeit, um die Tools zu testen und sicherzustellen, dass keine technischen Schwierigkeiten auftreten. Sie können diese Zeit nutzen, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen oder eine Umfrage oder Frage zur Beantwortung vorzulegen. Dies zeigt an, dass die Veranstaltung interaktiv sein wird. Berücksichtigen Sie Möglichkeiten zur Interaktion bei Präsenzveranstaltungen, scheint die Interaktion zwischen den Teilnehmern und dem Moderator oder untereinander organisch zu erfolgen. Dies fehlt jedoch in der virtuellen Umgebung. Um sicherzustellen, dass die Teilnehmer engagiert bleiben, müssen Moderatoren um Feedback bitten und Möglichkeiten zur Interaktion bieten. Zu diesen Möglichkeiten kann das Eingeben von Umfragefragen in das Chatfeld oder das Stellen einer Frage an die Teilnehmer gehören, damit diese im Chatfeld antworten können. Multitasking in einer virtuellen Umgebung passieren viele Dinge gleichzeitig. Der Moderator wird wahrscheinlich die Informationen präsentieren, Fragen beantworten, die per Chat eingehen, die Teilnehmer einbeziehen und vieles mehr. Dies wird höchstwahrscheinlich ein Hin- und Herwechseln zwischen den Bildschirmen erfordern. Leider ist Multitasking keine Fähigkeit, die die meisten Menschen besitzen, aber es ist eine Fähigkeit, die verbessert werden kann. Allerdings müssen Moderatoren ihre Grenzen kennen und die Veranstaltung entsprechend planen. Sie müssen realistisch sein, was sie tun können und was nicht. Es ist beispielsweise ganz einfach, dass jeder seine Fragen in das Chatfeld eingibt. Allerdings ist es für eine einzelne Person schwierig, in Untergruppen einzudringen und private Gespräche zu führen. Ab Schluss wie Sie sehen, gibt es mehrere wesentliche Unterschiede zwischen virtuellen und persönlichen Networking-Events. Eine virtuelle Veranstaltung ermöglicht zwar mehr Beteiligung, aber Moderatoren müssen diese Dinge im Hinterkopf behalten. Drei Dinge, die Sie nach einem virtuellen Networking-Event tun sollten. Sie sind am Ende Ihres virtuellen Networking-Events angelangt. Sie glauben vielleicht, dass der schwierige Teil vorbei ist, aber die Wahrheit ist, dass einige der wichtigsten Teile der Veranstaltung bald beginnen. Schließlich lebt ein gutes Online-Event in mehrfacher Hinsicht ewig. Sie sind mehr als nur Online-Versionen physischer Veranstaltungen. Sie bieten ihren eigenen dauerhaften Wert in Bezug auf Inhalt, Community und Möglichkeiten. Deshalb müssen wir die Art und Weise ändern, wie wir diese Veranstaltungen aufbauen, uns darauf vorbereiten, sie durchführen und die Dinge, die wir nach dem Ende der Sitzung tun. Verwandeln Sie den Bereich in einen Knowledge-Hoop, die Chancen stehen gut, dass Ihre virtuelle Veranstaltung Ihren Teilnehmern wertvolle Inhalte lieferte. Anstatt ihn einfach verblassen zu lassen, müssen Sie dafür sorgen, dass dieser Inhalt dauerhaft bleibt. Nehmen Sie den Veranstaltungsbereich und verwandeln Sie ihn in einen Treffpunkt, an dem Besucher vorbeikommen und mehr erfahren können. Stellen Sie sicher, dass Sie deutlich machen, dass Sie dies tun. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Browser benutzerfreundlich und durchsuchbar ist. Katalogisieren Sie die Inhalte nach den Hauptthemen und erstellen Sie darauf aufbauende Kampagnen, um die entsprechenden Zielgruppen anzusprechen. Inhalte sollten auf verschiedenen Online-Kanälen veröffentlicht und beworben werden. Anschließend können Sie den Inhalt erneut verwenden, um andere Assets zu erstellen. Verwandeln Sie beispielsweise Ihre Videoclips in schriftliche Blogbeiträge und Blogbeiträge und Artikel in Videos. Stellen Sie sicher, dass Sie so recherchieren, um sicherzustellen, dass Sie in Beschreibungen und Artikeln die richtigen Schlüsselwörter verwenden. Dadurch wird die Bekanntheit Ihres Wissenszentrums verbessert. Stellen Sie dann sicher, dass Sie Mitglieder Ihrer Organisation dazu einladen, Beiträge zu leisten und anderen davon zu erzählen. Halten Sie den Kontakt zu den Teilnehmern aufrecht, Ihr Wissenszentrum sollte mehr als nur ein Ort sein, an dem Menschen Informationen zu einem Thema erhalten. Es sollte eine aktive Community sein, die bei den ursprünglichen Teilnehmern und Rednern beginnt, aber auch andere einlädt, die sich für das Thema interessieren. Wenn Branchenführer beginnen, ihre Gedanken auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen, werden sich zusätzliche Networking-Möglichkeiten eröffnen. Diese Community wird auch neue Ideen für zukünftige Veranstaltungen und Ressourcen für den Wissensknotenpunkt hervorbringen. Die Informationen, die Sie veröffentlichen, werden Interesse wecken, aber die Community ist es, die Ihr Feuer am Brennen hält. Natürlich sollten Sie bedenken, dass es nicht einfach ist, das Engagement innerhalb der Community aufrecht zu erhalten. Daher sollte es Priorität haben und es sollten angemessene Ressourcen bereitgestellt werden, um es zu einem erfolgreichen Unterfangen zu machen. Bei richtiger Verwaltung streben Sie in Zukunft eine hohe Teilnehmerzahl und einen einfachen Prozess für die Einstellung von Rednern an. Analysieren Sie Ihre Zahlen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Analysen zu analysieren, können Sie Ihre Zielgruppe besser in den Griff bekommen. Anhand dieser Informationen erfahren Sie, welche Inhalte funktioniert haben und welche nicht. Dies hilft Ihnen beim Aufbau Ihrer Follow-up-Maßnahmen und bei der Entscheidung, aus welchen Videos Sie vollständige Artikel entwickeln sollten und vielleicht sogar beim Aufbau einer Serie. Es führt Sie auch zu einem bestimmten Schwerpunkt für die Community. Die Zahlen, die Sie sammeln und das Urteilsvermögen, das Sie daraus gewinnen, werden Ihnen helfen, die nächste Veranstaltung zu einem größeren Erfolg zu machen und es Ihnen ermöglichen, personalisierte Erlebnisse für Ihre Interessengruppen zu schaffen. Dank des technischen Charakters virtueller Veranstaltungen ist es möglich, die Informationen zu personalisieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie über eine zuverlässige Datenbank verfügen. Sobald Sie Ihren Plan ausgearbeitet haben, sollten die Daten auch bei Ihren Marketing- und Targeting-Bemühungen hilfreich sein. Abschluss zu einer virtuellen Veranstaltung gehört viel mehr als die Veranstaltung selbst. Auch wenn es vorbei ist, gibt es noch viel zu tun. Diese Arbeit wird Ihnen helfen, sicherzustellen, dass die Informationen aktuell bleiben und für Teilnehmer und alle anderen an der Zukunft Interessierten zugänglich sind. Darüber hinaus kann es Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass zukünftige Veranstaltungen ein Erfolg werden. 5 Tipps zur Überwindung der Unbeholfenheit beim virtuellen Networking für Unternehmen Laut Experten ist es völlig verständlich, dass man sich in bestimmten Situationen etwas unbehaglich fühlt. Wir sind alle etwas nervös, bevor wir einen Raum voller Menschen betreten, die wir nicht kennen. Leider kann soziale Unbeholfenheit bei manchen Menschen zu Angst und Vermeidung führen. Virtuelles Networking macht es zwar etwas einfacher, da man nicht direkt mit anderen zusammen ist, aber es kann trotzdem etwas unangenehm sein. In dieser Präsentation besprechen wir 5 Tipps zur Überwindung der Unbeholfenheit beim virtuellen Networking für Unternehmen. Definieren Sie Ihre Zielgruppe, um sicherzustellen, dass Ihre virtuelle Networking-Veranstaltung erfolgreich ist, müssen Sie den Prozess mit Blick auf Ihr Publikum beginnen. Überlegen Sie, wer Ihre Zielgruppe ist und wie sie miteinander verwandt ist. Was wollen Sie erreichen? Wen möchten Sie auf der Veranstaltung treffen? Als erstes müssen Sie feststellen, ob sich Ihre Teilnehmer bereits kennengelernt haben oder ob es sich um Fremde handelt. Dies wird der entscheidende Faktor für die Strukturierung Ihrer Veranstaltung sein. Wenn Sie sich bereits kennen, müssen Sie nicht so viel Struktur schaffen wie bei einer Gruppe von Fremden. Zweitens müssen Sie über Ihre Ziele und Gründe für die Teilnahme an der Veranstaltung nachdenken. Diese variieren, stimmen aber in der Regel mit einem oder mehreren der folgenden Punkte überein. Hole dir Unterstützung? Entdecken Sie Anbieter, Berater, mit denen Sie zusammenarbeiten können? Probleme lösen? Werden Sie Mentor? Finden Sie einen Mentor? Vernetzen Sie sich mit zukünftigen Mitarbeitern? Bereiten Sie sich auf einen Jobwechsel vor? Freundschaft schließen Erkennen Sie zukünftige Trends, sobald Sie dies getan haben, können Sie Ihre Veranstaltung gestalten. Entwerfen Sie ein Ereignis basierend auf dem gewünschten Ergebnis. Eine erfolgreiche virtuelle Veranstaltung wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses konzipiert. Wenn Sie Ihr Publikum und seine Beweggründe verstehen, können Sie die beste Art und Weise für die Durchführung Ihrer Veranstaltung bestimmen. Wenn es machbar ist, stellen Sie eine Testgruppe zusammen, um vor der Veranstaltung verschiedene Aktivitäten auszuprobieren und festzustellen, was funktioniert und was nicht. Dies verhindert, dass Sie Aktivitäten einbeziehen, die Zeitverschwendung darstellen, und stellt sicher, dass Sie Aktivitäten einbeziehen, die einen Mehrwert bieten. Ermöglichen Sie den Teilnehmern die Wahl, Kontrolle geben Sie Ihren Teilnehmern die Möglichkeit, die Gespräche auszuwählen, an denen Sie teilnehmen möchten, und ermöglichen Sie ihnen, nach Belieben zu kommen und zu gehen. Dies gibt Ihnen die Unabhängigkeit, den Bereichen nachzugehen, die Sie interessieren, und Aktivitäten aufzugeben, die nicht zu Ihren Zielen beitragen. Begrenzen Sie die Gruppengröße bei der Erstellung virtueller Veranstaltungen, kann es leicht passieren, dass die Gruppengröße zu groß wird. Dies erschwert es einigen Teilnehmern, sich an der Unterhaltung zu beteiligen und beeinträchtigt ihre Fähigkeit, sinnvolle Gespräche mit anderen zu führen. Laut Experten ist 3 bis 4 die magische Zahl, um sinnvolle, spontane Gespräche zu unterstützen. Dies gibt den Teilnehmern das Gefühl, dass sie zum Gespräch beitragen können. Sie sollten jedoch auch darauf achten, dass die Gruppengröße das erwartete Ergebnis Ihrer Veranstaltung widerspiegelt. Wenn Ihre Teilnehmer zur Zusammenarbeit kommen, sind größere Gruppen möglicherweise besser. Schaffen Sie Struktur mit Eisbrechern Eisbrecher sind eine großartige Möglichkeit, diesen Veranstaltungen Struktur zu verleihen. Stellen Sie zu Beginn der Veranstaltung, wenn sich noch Leute anmelden, einen Gesprächsstarter in den Raum. Es kann eine lustige, leichte Frage oder eine tiefgründige, bedeutungsvolle Frage sein. Die Teilnehmer werden sich freuen, die Möglichkeit zu haben, diese Themen zu diskutieren. Ein Vorteil dieser Eisbrecher besteht darin, dass sie der Beginn schöner Freundschaften, Partnerschaften und vielem mehr sein können. Wenn Sie sie sorgfältig auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe und Ihrer Ziele auswählen, können Sie ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Abschluss soziale Unbeholfenheit ist völlig normal, auch in virtuellen Networking-Situationen. Mit diesen Tipps ist es jedoch möglich, diese Situationen zu erleichtern. Organisatoren können diese Tipps nutzen, um ihre Veranstaltungen so zu strukturieren, dass sich jeder willkommen fühlt und die Peinlichkeit einer neuen Situation überwinden kann. Darüber hinaus können Organisatoren so sicherstellen, dass die Teilnehmer ihre Ziele erreichen und auf sinnvolle Weise mit anderen interagieren können. 5 Tipps zur Vorbereitung auf ein erfolgreiches virtuelles Networking-Event In den letzten Jahren erfreut sich virtuelles Networking zunehmender Beliebtheit. Da Sie nicht an einen bestimmten geografischen Standort gebunden sind, ermöglicht eine virtuelle Veranstaltung größere Verbindungen und kann genutzt werden, ohne dass Sie Ihr Zuhause oder Ihr Büro verlassen müssen. Da Sie jedoch informell und praktisch sind, sind etwas mehr Geschick und Vorbereitung erforderlich als bei einer Präsenzveranstaltung. In diesem Tutorial geben wir Ihnen 5 Tipps zur Vorbereitung auf ein erfolgreiches virtuelles Networking-Event. Vorbereiten, obwohl Sie von Natur aus etwas lockerer und entspannter sind, ist eine virtuelle Veranstaltung genauso wichtig wie eine persönliche Veranstaltung. Die Planung einer virtuellen Veranstaltung erfordert tatsächlich mehr Aufmerksamkeit, Nachdenken als eine persönliche Veranstaltung. Als erstes müssen Sie entscheiden, warum Sie die Veranstaltung ausrichten möchten. Wenn Sie ein erfahrener Veranstaltungsplaner sind, kann eine virtuelle Veranstaltung eine Erweiterung Ihrer bisherigen Aktivitäten sein. Wenn es sich hierbei jedoch um Neuland handelt, sollten Sie darüber nachdenken, was Ihr Ziel ist, wer Ihr Publikum ist und wie eine erfolgreiche Veranstaltung aussieht. Erwägen Sie die Teilnahme an einigen virtuellen Veranstaltungen, um herauszufinden, wie diese ablaufen. Sie werden Dinge finden, die Ihnen gefallen, und Dinge, die Ihnen nicht gefallen, und anhand derer Sie bestimmen können, wie Ihr Gerät funktionieren soll. Haben Sie eine Agenda, um sicherzustellen, dass Ihre virtuelle Veranstaltung produktiv und unterhaltsam ist, müssen Sie eine Agenda haben, die Ihre Ziele, die Anzahl der anwesenden Gäste und die Länge Ihrer Veranstaltung berücksichtigt. Auf der Tagesordnung muss stehen, was Sie wann tun und sagen möchten. Es ist wichtig, dass Sie bei einer virtuellen Veranstaltung den Überblick über Ihre Zeit behalten. Wählen Sie Ihre Plattform, da es so viele Optionen gibt, kann die Auswahl einer Plattform für Ihre Veranstaltung etwas schwierig sein, aber die gute Nachricht ist, dass es für die meisten Plattformen eine kostenlose Version gibt, die Sie testen können. Die Wahl einer Plattform hängt von Ihren Bedürfnissen, Vorlieben und Ihrem technischen Verständnis ab. Eine schnelle Suche im Internet wird Ihnen dabei helfen, das zu finden, was für Sie in Frage kommt. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Plattform Ihren Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig relativ einfach zu bedienen ist. Testen Sie die Plattform unbedingt einige Male, bevor Ihre Veranstaltung beginnt. Wählen Sie Ihren Gastgeber Planung und Hosting, sind zwei verschiedene Rollen. In einigen Fällen ist der Planer der Gastgeber, in anderen Fällen wählt der Planer jedoch eine andere Person als Gastgeber aus. Ein großartiger Gastgeber sorgt dafür, dass Ihre Ziele erreicht werden und dass Gäste zu zukünftigen Veranstaltungen wiederkommen. Für eine virtuelle Networking-Veranstaltung benötigen Sie einen Gastgeber, der mit seiner Stimme, seinen Gesten und seinem Gesichtsausdruck den Gästen das Gefühl gibt, willkommen und wertgeschätzt zu sein. Wenn Sie vorhaben, die Veranstaltung von einer anderen Person ausrichten zu lassen, sollten Sie unbedingt einen Testlauf mit dieser Person durchführen, um sicherzustellen, dass sie gut zu Ihnen passt. Vermarkten Sie Ihre Veranstaltung, sobald Sie sich auf Ihre Veranstaltung vorbereitet, die Agenda vorbereitet, eine Plattform und Ihren Gastgeber ausgewählt haben, ist es an der Zeit, mit der Vermarktung Ihrer Veranstaltung zu beginnen. Dies wird darüber entscheiden, ob es gut besucht ist oder nicht. Sie möchten auf einer Vielzahl von Plattformen vermarkten, darunter LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Business und überall dort, wo Ihre geplante Zielgruppe zu finden ist. Zusätzlich zu den sozialen Medien möchten Sie auch Ihre Kontakte kontaktieren, um über die Veranstaltung zu sprechen. Wenn Sie persönlich auf die Menschen zugehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie teilnehmen. Abschluss-Networking ist im Geschäftsleben von entscheidender Bedeutung und virtuelles Networking wird zur Art und Weise, Geschäfte zu machen. Schließlich ermöglicht es Ihnen, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Sie sind nicht auf Ihr eigenes geografisches Gebiet beschränkt. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie tun müssen, um sicherzustellen, dass Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird. Wenn Sie diesen Dingen Priorität einräumen, wird das einen großen Unterschied machen. 10 Tipps für das Wachstum Ihres Unternehmens durch virtuelles Networking Bis vor kurzem glaubten die meisten von uns, dass FaceTime und andere virtuelle Anrufaktivitäten der gelegentlichen Kommunikation dienten. Allerdings verändert sich die Welt und virtuelles Networking erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Da jeder so beschäftigt und ständig in Bewegung ist, sind virtuelle Networking-Veranstaltungen tatsächlich eher die Norm als Präsenzveranstaltungen. In dieser Präsentation erklären wir Ihnen 10 Tipps für das Wachstum Ihres Unternehmens durch virtuelles Networking. Diese werden Ihnen helfen, die Vorteile Ihrer virtuellen gemeinsamen Zeit zu optimieren. Gehen Sie auf andere zu, meistens beginnt ein virtuelles Networking-Event mit einem Chat oder einer Art Eisbrecher, während Sie darauf warten, dass alle mitmachen. Oft stellt der Gastgeber eine Frage und die Teilnehmer antworten und in manchen Fällen nehmen die Teilnehmer Kontakt auf, um während des Wartens miteinander ins Gespräch zu kommen. Bereiten Sie Ihre Einführung vor, meistens wird es auch bei virtuellen Veranstaltungen einen Moment geben, in dem Sie die Möglichkeit haben, sich vorzustellen. Nehmen Sie sich vor dem Treffen etwas Zeit, um sich etwas auszudenken, das Sie sagen werden. Sie können es einfach abtippen, damit Sie es lesen können, oder es kopieren, einfügen, wenn es soweit ist. Auf diese Weise fällt es Ihnen nicht schwer, auf der Stelle zu finden, was Sie sagen sollen. Bereiten Sie sich vor, als wäre es eine persönliche Veranstaltung, wenn möglich, schauen Sie sich die Teilnehmer an, die an der Veranstaltung teilnehmen werden und entscheiden Sie, mit welchen Sie in Kontakt treten möchten. Wenn keine Liste verfügbar ist, entscheiden Sie, welche Art von Menschen Sie treffen möchten und welche Ziele Sie für die Veranstaltung verfolgen. Möchten Sie Ihre Produkte, Dienstleistungen vermarkten oder möchten Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der über bestimmte Fähigkeiten verfügt. Der Unterschied zwischen einer Präsenzveranstaltung und einer virtuellen Veranstaltung besteht darin, dass bei der virtuellen Veranstaltung jeder an der Konversation teilnimmt. Sammeln Sie Kontaktinformationen, da virtuelle Veranstaltungen keine Einzelinteraktionen zulassen, werden Sie Ihre Beziehung während dieser Veranstaltung nicht festigen. Daher ist es notwendig, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Kontaktinformationen zu sammeln, damit Sie nach der Veranstaltung Kontakt aufnehmen können. Fragen stellen, wenn Sie Gelegenheit haben, mit anderen Teilnehmern zu interagieren, ist es eine gute Idee, Fragen zu stellen. Wenn Ihnen aufgrund des Gesprächs nichts einfällt, warum? Ist immer eine gute Anlaufstelle. Haben Sie eine positive Einstellung, wenn Sie an einer virtuellen Networking-Veranstaltung teilnehmen, achten Sie darauf, dass Sie eine positive Einstellung mitbringen. Positivität ist schließlich ansteckend, andere werden sich zu Ihnen hingezogen fühlen. Stellen Sie Fragen, die zu positiven Antworten anregen und oder teilen Sie einige Dinge mit, die Sie als inspirierend empfunden haben. Dadurch fühlen sich alle besser und werden es Ihnen danken. Vermeiden Sie Negativität, es stimmt zwar, dass wir alle hin und wieder Luft schnappen müssen, aber bei virtuellen Networking-Events ist dafür kein Platz. Wenn Sie negative Kommentare abgeben, werden sich die Leute daran erinnern. Selbst wenn alle anderen Teilnehmer der Veranstaltung Ihrer Meinung sind, werden sich die Leute an Ihren Namen erinnern, wenn die Veranstaltung wieder stattfindet. Sonderangebote teilen die Chancen, stehen gut, dass Sie eingeladen werden, die Sonderangebote Ihres Unternehmens vorzustellen. Nutzen Sie diese Gelegenheit unbedingt. Wenn Sie etwas geändert haben, um Ihre Kunden besser bedienen zu können, erwähnen Sie dies unbedingt. Denken Sie auch darüber nach, den Teilnehmern der Veranstaltung etwas Besonderes anzubieten. Dadurch entsteht das Gefühl, ein VIP zu sein, und es ist wahrscheinlicher, dass Sie in Zukunft mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten. Schreiben Sie Rezensionen, wenn Sie mit einer virtuellen Networking-Veranstaltung fertig sind, können Sie zunächst Bewertungen für deren Unternehmen schreiben, bevor Sie mit Ihren Kontakten Kontakt aufnehmen. Gehen Sie auf deren Social-Media-Seiten und posten Sie über Ihre Interaktionen mit dem Unternehmen und oder seinen Produkten Dienstleistungen. Schließlich tragen Bewertungen dazu bei, dass Unternehmen mehr Kunden gewinnen. Sie geben dem Geschäftsinhaber auch ein gutes Gefühl bei dem, was Sie tun. Andere verbinden, wenn jemand während der Veranstaltung ein Bedürfnis anspricht und Sie jemanden kennen, der dieses Bedürfnis erfüllen kann, stellen Sie sicher, dass Sie diese Verbindung herstellen. Schließlich ist es immer eine gute Idee, hilfreich zu sein, und wenn Sie ihnen helfen, können Sie ihnen vielleicht in Zukunft helfen. Abschluss, wenn Sie planen, an einer virtuellen Networking-Veranstaltung teilzunehmen, ist es wichtig, diese ernst zu nehmen, denn sie kann wirklich Spaß machen und positiv sein und Ihnen beim Wachstum Ihres Unternehmens helfen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie diese 10 Tipps im Hinterkopf behalten. Beherrschen Sie Zoom für den Erfolg virtueller Netzwerke. Heutzutage entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, ihre Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten zu lassen, und mehr Veranstaltungen werden online abgehalten, um die Beteiligung zu maximieren. Schließlich können an virtuellen Veranstaltungen jeder teilnehmen, unabhängig davon, wo auf der Welt er sich befindet. Zoom ist eine der genutzten Plattformen. Wenn Sie lernen möchten, wie man Zoom beherrscht, sind Sie nicht allein. Es gibt viele Menschen da draußen, denen es genauso geht. In diesem Tutorial helfen wir Ihnen dabei, mehr über die Beherrschung von Zoom für den Erfolg virtueller Netzwerke zu erfahren. Was ist Zoom? Zoom ist eine cloudbasierte Plattform, die für die Ausrichtung virtueller Meetings verwendet werden kann, sei es ein Gruppentreffen oder ein Einzelgespräch. Dieses Tool verbindet Teammitglieder aus der Ferne und enthält eine Vielzahl von Audio-, Video- und Kollaborationsfunktionen. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem HD-Video-Chat-Konferenzen Audio-Konferenzen über WIP Instant-Messaging Virtuelle Hintergründe Bildschirm teilen Möglichkeit, Video-Webinare zu veranstalten, so verwenden Sie Zoom mit Zoom, kann jeder ganz einfach virtuelle Meetings einrichten und durchführen. Wenn Sie neu auf der Plattform sind, kann es jedoch etwas schwierig sein. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ordnungsgemäße Verwendung von Zoom. Einstieg nachfolgend finden Sie Schritte für den Einstieg in Zoom sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten. Desktop besuchen Sie die Website und klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Anmelden. Ihnen werden zwei Optionen angeboten. Sie können ein Konto mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse erstellen oder sich mit einem SSO, Single Sign-On über Facebook oder Google anmelden. Wenn Sie Zoom beruflich nutzen möchten, können Sie sich mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden. Sie erhalten einen Bestätigungslink. Klicken Sie auf den Link, der an den Anmeldeassistenten von Zoom gesendet werden soll und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Für einen einfachen Zugriff laden Sie die Desktop-App, den Zoom-Client, von der Website herunter. Handy, Mobiltelefon laden Sie die Zoom-App aus dem App Store, Play Store herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Zoom anzumelden oder anzumelden. Die Anweisungen ähneln denen für die Desktop-Option. Zoom-Meeting einrichten nachfolgend finden Sie die Anleitung zum einfachen Einrichten eines Zoom-Meetings Desktop, melden Sie sich zunächst bei Ihrem Zoom-Konto an. Bewegen Sie den Cursor über Meeting-Veranstalten in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie eine der folgenden Optionen. Video an, Video aus. Nur Bildschirmfreigabe, Sie werden zur Zoom-App weitergeleitet, um ein Meeting zu starten. An dieser Stelle können Sie die Einstellungen für das Meeting bearbeiten und die Einladungs-URL an die Teilnehmer senden. Handy, Mobiltelefon öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Tippen Sie auf das Symbol Neues Meeting. Bearbeiten Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Vorlieben. Klicken Sie auf Besprechung starten, wenn Sie fertig sind. Teilnehmer hinzufügen im Folgenden finden Sie die Schritte zum Hinzufügen von Teilnehmern zu Ihrem Meeting. Desktop klicken Sie im Bildschirm Neues Meeting unten auf dem Bildschirm auf Einladen. Dadurch erhalten Sie die Option URL kopieren oder Einladung kopieren. Auf diese Weise können Sie die Einladung per SMS, E-Mail oder Sofortnachricht an die Teilnehmer senden. Sie haben auch die Möglichkeit, den Teilnehmern E-Mails über ihren bevorzugten E-Mail-Dienst über die Zoom-App zu senden. Handy, Mobiltelefon Sobald Sie das Meeting gestartet haben, klicken Sie in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand auf Teilnehmer, um Teilnehmer hinzuzufügen zu verwalten. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie unten links auf dem Bildschirm auf Einladen klicken. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Besprechungsdetails auf verschiedenen Plattformen zu teilen. Darunter Text-, E-Mail- und Messaging-Apps. Abschlusstäglich finden immer mehr virtuelle Veranstaltungen statt. Die meisten davon nutzen Zoom als Plattform. Wenn Sie es ein paar Mal verwendet haben, werden Sie feststellen, dass Zoom eigentlich recht einfach zu bedienen ist. Dies kann jedoch kompliziert sein, wenn Sie es noch nie zuvor verwendet haben. Diese Schritte erleichtern Ihnen den Einstieg und bringen Sie auf den richtigen Weg, Zoom für den Erfolg im virtuellen Netzwerk zu meistern. Tipps, um Introvertierte und Extrovertierte beim virtuellen Networking zu schnappen. In den letzten Jahren ist virtuelles Networking in aller Munde. Immer mehr Veranstaltungen finden online statt. Das bedeutet, dass Sie an einer Veranstaltung im ganzen Land und sogar am anderen Ende der Welt teilnehmen können, ohne jemals Ihr Zuhause oder Büro verlassen zu müssen. Allerdings ist es nicht immer einfach, alle mit einzubeziehen. Wenn sich die Teilnehmer an der Veranstaltung beteiligen, ist es wahrscheinlicher, dass sie das Erlebnis genießen, was bedeutet, dass sie erfolgreich sein werden. Allerdings ist Online-Engagement ein Begriff mit vielen verschiedenen Bedeutungen. In dieser Präsentation erklären wir einige Tipps, wie Sie Introvertierte und Extrovertierte beim virtuellen Networking ansprechen können. So binden Sie introvertierte Teilnehmer ein, virtuelle Veranstaltungen funktionieren für Introvertierte recht gut, insbesondere wenn im Vorfeld der Veranstaltung viel über den Inhalt kommuniziert wird. Tatsächlich gilt, je mehr Sie daran arbeiten, desto mehr Interesse werden Sie wecken. Verwenden Sie keine Schlagzeilen, die unterschiedlich interpretiert werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie viele Details angeben, um eventuelle Ängste zu lindern. Machen Sie sich klar über die Teilnahme und darüber, wie Ihre Teilnahme einen Mehrwert bringt. Ermutigen Sie die Teilnehmer, sich vor der Veranstaltung einzubinden, was in ihrem eigenen Tempo geschehen kann. Geben Sie ihnen Zeit, über den Inhalt nachzudenken. Sie möchten vielleicht die Möglichkeit haben, mehr über das jeweilige Thema zu lesen und sich vorab die Profile der Redner anzusehen. Versenden Sie die Tagesordnung im Voraus und halten Sie die Teilnehmer über alle Änderungen auf dem Laufenden, damit sie die Kontrolle über ihr Erlebnis behalten. Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung Ihrer virtuellen Veranstaltung die folgende Liste introvertierter Eigenschaften. Die 5 besten Tipps, um online eine Verbindung herzustellen In der heutigen digitalen Welt ist es schwierig, aber nicht unmöglich, mit Menschen in Kontakt zu treten. Einer der Hauptgründe dafür, dass kleine Unternehmen dazu neigen, konkurrenzfähig zu werden, besteht darin, dass sie die Mentalität des Zusammenwachsens, auf der Amerika basiert, aus den Augen verlieren. Darüber hinaus neigen wir im Allgemeinen dazu, den Blick für das große Ganze zu verlieren. Sie sollten Ihre Online-Unternehmerkollegen, die Sie online treffen, wie die Tante Emma Leiden in Ihrer Nähe behandeln. Warum verlassen Sie also nicht Ihre Komfortzone und nehmen Online-Kontakt zu einigen gleichgesinnten Geschäftsinhabern auf. Sprechen Sie darüber, was Sie tun, um Kunden anzulocken, und geben Sie ihnen Tipps, was Sie tun, was für Sie funktioniert. Besprechen Sie, was Sie tun können, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen und gemeinsam zu wachsen. Wenn Sie schon länger dabei sind, haben Sie einige Erfahrungen, die Sie mit Ihnen teilen können. Sie können sie auch etwas ermutigen und Ihnen erlauben, Ihnen einige neue Marketingmethoden sowie neue Technologien und alles andere beizubringen, was Sie wissen, was Sie nicht wissen. In diesem Tutorial besprechen wir fünf Tipps zum Herstellen einer Online-Verbindung. Nutzen Sie Videochats, vor ein paar Jahren waren Online-Beziehungen mit dem Stigma des einsamen Kindes im Keller seiner Eltern verbunden. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall. Durch Online-Interaktionen entstehen viele echte Freundschaften und Partnerschaften. Eine gute Möglichkeit, diese Beziehungen aufzubauen, sind Videoanrufe. Allein die Möglichkeit, die Stimme einer Person zu hören und ihr Gesicht zu sehen, macht in Online-Beziehungen einen großen Unterschied. Wenn Sie sich per Video-Chat statt per Text-Chat treffen, entsteht eine viel tiefere Verbindung, weil Sie Ihre Verhaltensweisen und Körpersprache sehen und Ihren Tonfall hören können, anstatt zu raten. Nehmen Sie sich in Ihrem Zeitplan etwas Zeit, um Videoanrufe mit Ihren Kontakten zu führen. Es muss nichts Großes sein, nur etwas Zeit zum Austausch und zum gegenseitigen Kennenlernen. Treten Sie LinkedIn bei, eine großartige Möglichkeit, online neue Kontakte und Beziehungen zu knüpfen, sind LinkedIn-Gruppen. Auf diese Weise können Sie mit einer Zielgruppe in Kontakt treten, Ihr Wissen erweitern und sich mit anderen in Ihrer Branche austauschen. Eine weitere großartige Möglichkeit, Online-Verbindungen aufzubauen, sind LinkedIn-Artikel. Schreiben Sie einen Artikel und stellen Sie eine kritische Frage, um andere zum Engagement zu ermutigen. Teilen Sie den Artikel in LinkedIn- und Facebook-Gruppen oder senden Sie ihn an Ihre E-Mail-Liste, um die Konversation in Gang zu bringen. Bleiben Sie unbedingt mit den Kommentatoren in Kontakt und bauen Sie von dort aus Ihre Kontakte auf. Nehmen Sie zuerst Kontakt auf, wenn Sie online arbeiten, fühlt sich das Networking oft seltsam erzwungen an, aber es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie die Unbeholfenheit überwinden können. Beginnen Sie damit, jemanden zu kontaktieren, indem Sie einen Blog- oder Social-Media-Beitrag kommentieren oder auf eine E-Mail antworten. Erwähnen Sie etwas, das Ihnen an Ihnen gefällt, den Inhalt, Ihr Geschäftsmodell und so weiter. Wenn Sie eine tiefere Verbindung herstellen möchten, fragen Sie sie, ob Sie an einem Kaffeegespräch interessiert sein könnten, normalerweise per Video oder Telefon, wenn Sie nicht derselbe sind statt, um zu sehen, ob es jemanden gibt, mit dem Sie zusammenarbeiten könnten. Normalerweise ist der erste Kontakt der schwierigste Teil beim Beginn einer Beziehung. Die meisten Menschen sehnen sich jedoch nach menschlicher Verbindung. Wenn Sie den ersten Schritt machen, erhöhen Sie Ihre Chancen, mit dieser Person sprechen zu können, erheblich. Treten Sie Facebook-Gruppen bei, nehmen Sie sich die Zeit, einigen relevanten Gruppen auf Facebook beizutreten und sich dann so intensiv wie möglich zu engagieren. Wenn Sie Mitglied vieler Gruppen sind, wird Ihre Aufmerksamkeit in viele verschiedene Richtungen gespalten. Wenn Sie sich jedoch nur auf wenige Gruppen konzentrieren können, können Sie qualitativ hochwertigere Verbindungen herstellen. Verbinde dich mit Instagram, Instagram ist eine großartige Möglichkeit, Online-Verbindungen herzustellen. Anstatt die Konten durchzugehen und Ihnen wahllos zu folgen, suchen Sie in den Hashtags nach denen, die Ihnen wirklich gefallen. Hinterlassen Sie dann aussagekräftige Kommentare zu deren Inhalt. Wenn Sie mit Ihnen interagieren, ist es wahrscheinlicher, dass Sie direkt wieder mit Ihnen interagieren. Dies wird Ihnen helfen, wertvolle Verbindungen aufzubauen, insbesondere wenn Sie sich die Zeit nehmen, auf Kommentare zu antworten und Fragen zu stellen, um Gespräche zu beginnen. Abschluss heutzutage scheint es, dass jeder digital geworden ist. Dies hat es schwierig gemacht, dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Es ist jedoch nicht unmöglich. Wenn Sie diese Tipps nutzen, können Sie ganz einfach online dauerhafte und wertvolle Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen. Virtuelle Netzwerke für Unternehmen erklärt. Ein virtuelles Netzwerk ist ein System, in dem sich Unternehmen und Einzelpersonen trotz lokaler Unterschiede miteinander verbinden können. Dies ermöglicht einen Fernzugriff auf das System, was die Fehlersuche und Behebung erheblich erleichtert. In dieser Präsentation diskutieren wir, was virtuelles Networking ist und wie es für Unternehmen funktioniert. Was ist virtuelles Netzwerk? Ein virtuelles Netzwerk ist ein Netzwerk, in dem alle Geräte, Maschinen, Rechenzentren und Server über Software oder drahtlose Technologie verbunden sind. Damit lässt sich die Reichweite des Netzwerks so weit erweitern, wie es für maximale Effizienz erforderlich ist. Ein virtuelles Netzwerk folgt nicht den herkömmlichen Netzwerkregeln, da es nicht verkabelt ist. Die Geräte in einem virtuellen Netzwerk interagieren über Internet-Technologie. Das bedeutet, dass sie eine viel größere Reichweite haben als Geräte, die miteinander verkabelt sind. Ein virtuelles Netzwerk ist so grenzenlos wie das Internet. Dies wird manchmal als NAS oder Networking as a Service bezeichnet. Wie funktioniert ein virtuelles Netzwerk? Ein virtuelles Netzwerk nutzt innovative Technologie, um ein erweitertes drahtloses Netzwerk zu schaffen. Zu diesem Netzwerk gehören? V-Switch-Software ermöglicht die Einrichtung Konfiguration eines virtuellen Netzwerks? Virtueller Netzwerkadapter, Gateway zwischen Netzwerken erstellt? Physisches Netzwerk hostet das virtuelle Netzwerk? Virtuelle Maschinen, Geräte, Instrumente, die mit dem Netzwerk verbunden sind und eine Vielzahl von Funktionen ermöglichen? Server, Teil der Infrastruktur des Netzwerkhosts? Firewalls Sicherheit entwickelt, um Sicherheitsbedrohungen zu überwachen, zu stoppen, drei virtuelle Netzwerkklassen. Es gibt drei Klassen virtueller Netzwerke, VPN, VLAN und VXLAN. Wir erklären Ihnen diese im Detail. VPN, virtuelles privates Netzwerk. Ein VPN nutzt das Internet, um zwei oder mehr bestehende Netzwerke zu verbinden. Dies ermöglicht es Benutzern, sich von überall aus anzumelden, um Zugriff auf die verbundenen Netzwerke zu erhalten. VPNs können auch verwendet werden, um die Internetnutzung in öffentlichen WLANs zu maskieren, was sicheres Surfen gewährleistet. Ein VPN wird eingerichtet, wenn an Pakete angehängte Daten die Routing-Informationen definieren, die einen Benutzer an eine bestimmte Adresse weiterleiten. Dadurch entstand ein Tunnel von Adressen, der den Browserverlauf verschlüsselt und den Fernzugriff auf Informationen unmöglich macht. Ein VPN bietet ein kleines virtuelles Netzwerk über das Internet, über das Menschen eine Verbindung herstellen können. VLAN, virtuelles lokales Netzwerk, ein VLAN verwendet Partitionen, um bestimmte Geräte in einem LAN in Domänen zu gruppieren, auf die jeweils Ressourcen, Konfigurationen angewendet werden. Ein VLAN bietet eine bessere Verwaltung, Sicherheit und Überwachung der Geräte, Server innerhalb einer bestimmten Domäne. VXLAN, virtuelles erweiterbares lokales Netzwerk, ein VXLAN, stellt über Switches an jedem Endpunkt, einen Tunnel zu einem Level-2-Netzwerk von ihrer Level-3-Netzwerkinfrastruktur bereit. Eine weitere in diesem Netzwerk enthaltene Technologie ist ein Basisgehäuse, entweder physisch oder virtuell, das in der Lage ist, Daten zwischen Endpunkten weiterzuleiten. Vorteile virtueller Netzwerke, virtuelles Networking für Unternehmen, bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter die folgenden. Fähigkeit, Remote zu arbeiten, digitale Sicherheit, optimierte Hardware. Flexibilität, Skalierbarkeit erfordert nicht viel Hardware, was eine einfachere Skalierung bei geringeren Betriebskosten bedeutet. Einsparmaßnahmen, erhöhte Produktivität, virtuelles Networking und zeitgenössisches Geschäft in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des digitalen Geschäfts, sind virtuelle Netzwerke sehr wichtig, da sie den Bedarf an Fernzugriff, Skalierbarkeit, Sicherheit, Kosteneinsparungen und Flexibilität erfüllen. Wie die meisten Dienste, die von Unternehmen ausgelagert werden können, bietet virtuelles Netzwerken Vorteile, darunter die Gewährleistung, dass ihre wertvollen Ressourcen besser genutzt werden können, um sicherzustellen, dass ihre Technologie ihren Anforderungen entspricht. Da sich die Gesellschaft weiter dahingehend verändert, dass immer mehr Menschen remote arbeiten, werden virtuelle Netzwerke und NAS-Dienste für das Funktionieren von Unternehmen immer wichtiger. Die nächste Phase der digitalen Transformation von Unternehmen, die bereits zu einem virtuellen Unternehmen geworden sind, könnten durchaus virtuelle Netzwerkfunktionen sein. Beispielsweise ist die Erweiterung ihres virtuellen Netzwerks auf mehr als ein einfaches VPN zur Steigerung der Produktivität eine Möglichkeit, wie sich ihr Unternehmen in der digitalen Welt weiterentwickeln kann. Abschluss virtuelle Netzwerke ermöglichen es Einzelpersonen innerhalb eines Unternehmens, sich miteinander zu vernetzen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Dies bedeutet, dass Unternehmen produktiver sein können und die Fehlerbehebung, Reparatur von Problemen viel einfacher ist. Die fünf schlimmsten Fehler, die Sie beim virtuellen Networking vermeiden sollten. Ganz gleich, ob Sie gerade erst in Ihre neue Rolle einsteigen oder schon seit ein paar Jahren dabei sind, Sie wissen, dass ein starkes Netzwerk für Ihre Karriere von entscheidender Bedeutung ist. Tatsächlich sind Sie wahrscheinlich bereits in irgendeiner Weise von einer beruflichen Verbindung betroffen gewesen. Kontakte sind nicht nur für die Betreuung als Mentor und die Suche nach Ihrer nächsten Chance von Vorteil, sie sind auch für Ihre allgemeine Gesundheit, Ihr Wohlbefinden notwendig. Seit vielen Jahren betrachten die meisten von uns Networking als persönliche Gespräche bei Veranstaltungen, Zusammenkünften. In der heutigen Welt ändert sich das jedoch schnell. Virtuelles Networking wird genauso wichtig wie persönliches Networking. Auch wenn es eigentlich keine richtige oder falsche Art des Netzwerkens gibt, kann es bei der Online-Verbindung leicht passieren, dass ein paar Fauxpas passieren. In dieser Präsentation schauen wir uns die fünf schlimmsten Fauxpas an, die beim virtuellen Networking vermieden werden müssen. Senden zufälliger LinkedIn-Anfragen, wenn Sie an einer virtuellen Networking-Veranstaltung teilnehmen, senden Sie nicht automatisch jemandem eine Social-Media-Kontakt-Anfrage, nur weil Ihnen gefällt, was er sagt. Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch und senden Sie ihnen zunächst eine persönliche Nachricht. Seien Sie ein Individuum, nicht nur jemand, der auf Knöpfe klickt. Bei uns dreht sich alles um neue Verbindungen. Es stimmt zwar, dass es beim Networking darum geht, neue Leute kennenzulernen und Kontaktmöglichkeiten auszuloten, aber Sie möchten Ihre bestehenden Beziehungen nicht vergessen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre aktuellen Beziehungen aufrechtzuerhalten, gibt es keinen Grund, sich die Mühe zu machen, neue Beziehungen aufzubauen. Sich nicht angemessen kleiden, wenn Sie die Teilnahme an einer virtuellen Networking-Veranstaltung planen, müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie sich kleiden würden, wenn Sie an derselben Veranstaltung persönlich teilnehmen würden. Zwar hängt es stark von der Branche ab, in der Sie tätig sind, und von der Veranstaltung, an der Sie teilnehmen, aber Sie werden wahrscheinlich nicht ungepflegt und schmutzig aussehen. Sie werden sich wahrscheinlich vorzeigbar machen. Denn Sie möchten einen guten Eindruck hinterlassen. Denn auch wenn es sich um ein Video handelt, können die Leute Sie immer noch sehen und werden aufgrund ihres Aussehens ein Urteil fällen. Daher möchten Sie sicherstellen, dass Sie gut aussehen, wenn Sie an einer Besprechung teilnehmen. Technische Probleme werden nicht gelöst. Eines der Hauptprobleme, auf die Sie beim virtuellen Networking stoßen werden, ist ein unprofessioneller Aufbau. Wenn Sie Probleme haben, wird es für Sie schlecht aussehen. Bevor Sie sich bei der Besprechung anmelden, testen Sie unbedingt Ihre Einrichtung und prüfen Sie, ob Probleme gelöst werden müssen. Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Mikrofon und Ihre Kamera angeschlossen sind und ordnungsgemäß funktionieren. Sie möchten außerdem sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher funktionieren, sodass Sie alle hören können und dass Ihre Internetverbindung stabil ist. Sofort Cold Pitching, wenn es darum geht, Ihre Produkte, Dienstleistungen vorzustellen, ist Cold Pitching dasselbe, egal ob persönlich oder virtuell. Wenn Sie direkt in ein Gespräch einsteigen, in dem Sie versuchen, über soziale Medien eine Verbindung herzustellen oder Ihre Produkte, Dienstleistungen verkaufen möchten, werden die Gesprächspartner wahrscheinlich nicht an dem interessiert sein, was Sie zu sagen haben. Nehmen Sie sich stattdessen etwas Zeit, jemanden kennenzulernen und eine echte Beziehung zu ihm aufzubauen. Niemand besucht eine Veranstaltung, um Produkte, Dienstleistungen zu verkaufen, an denen er nicht interessiert ist, er möchte Menschen treffen, die real sind und ihrem Leben einen Mehrwert verleihen können. Abschluss in den letzten Jahren hat sich die Welt zunehmend auf virtuelles Networking, statt auf persönliches Networking verlagert. Allerdings gibt es wirklich keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was Sie tun und wie Sie antreffen, Verbindungen mit anderen herangehen. Behalten Sie diese häufigsten Fauxpas im Hinterkopf, damit Sie sie vermeiden und beim virtuellen Networking erfolgreicher sein können. Networking im Internet ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, sich mit anderen zu vernetzen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Networking im Internet zu betreiben. Hier sind einige Tipps. Verwende soziale Medien. Soziale Medien wie LinkedIn, Twitter und Facebook sind ein großartiger Ort, um neue Leute kennenzulernen und sich mit anderen zu vernetzen. Du kannst Gruppen und Foren zu deinen Interessen beitreten, nach Veranstaltungen suchen oder einfach nur deine Beiträge teilen. Es gibt viele verschiedene Online-Communities, die sich um verschiedene Interessen und Themenbereiche drehen. Du kannst an Onlineforen, Chats und Webinaren teilnehmen, um neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Besuche Online-Networking-Events. Es gibt viele verschiedene Online-Networking-Events, die regelmäßig stattfinden. Diese Events sind eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich mit anderen zu vernetzen. Verwende Online-Networking-Tools. Es gibt viele verschiedene Online-Networking-Tools, die dir helfen können, neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Diese Tools können dir helfen, deine Kontakte zu verwalten, neue Kontakte zu finden und mit anderen in Kontakt zu bleiben. Wenn du Networking im Internet betreiben möchtest, ist es wichtig, dich aktiv zu beteiligen. Du solltest nicht nur passiv Beiträge lesen oder an Events teilnehmen. Du solltest auch aktiv mit anderen interagieren, deine Kontakte pflegen und neue Kontakte knüpfen. Hier sind einige weitere Tipps für Networking im Internet. Sei authentisch. Sei du selbst und versuche nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Sei positiv und freundlich. Die Leute werden eher mit dir in Kontakt treten, wenn du positiv und freundlich bist. Sei hilfreich. Biete anderen deine Hilfe an und sei bereit, ihnen zu helfen. Sei höflich. Sei höflich und respektvoll gegenüber anderen. Sei geduldig. Networking im Internet kann Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Sei geduldig und gib nicht auf. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du Networking im Internet erfolgreich betreiben und neue Leute kennenlernen, sich mit anderen vernetzen und neue Möglichkeiten entdecken. Networking ohne Internet Networking ohne Internet ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen, sich mit anderen zu vernetzen und mit anderen zu vernetzen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Hier sind einige Tipps. Teilnahme an lokalen Veranstaltungen. Gehe zu Networking Events, Meetups, Konferenzen und anderen Veranstaltungen in deiner Nähe. Dies ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und sich mit anderen zu vernetzen, die ähnliche Interessen haben. Mache ein Praktikum oder eine ehrenamtliche Arbeit. Dies ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und sich mit anderen zu vernetzen, die in deiner Branche arbeiten. Sprich mit Freunden und Familie. Frage deine Freunde und Familie, ob sie jemanden kennen, der in deiner Branche arbeitet oder an deinen Interessen interessiert ist. Vernetze dich mit Menschen in deiner Branche online. Es gibt viele verschiedene Online-Communities, die sich um verschiedene Interessen und Themenbereiche drehen. Du kannst an Onlineforen, Chats und Webinaren teilnehmen, um neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Verwende Networking Tools offline. Es gibt viele verschiedene Networking Tools, die dir helfen können, neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Diese Tools können dir helfen, deine Kontakte zu verwalten, neue Kontakte zu finden und mit anderen in Kontakt zu bleiben. Wenn du Networking offline betreiben möchtest, ist es wichtig, dich aktiv zu beteiligen. Du solltest nicht nur passiv zu Veranstaltungen gehen oder mit Freunden und Familie sprechen. Du solltest auch aktiv mit anderen interagieren, deine Kontakte pflegen und neue Kontakte knüpfen. Hier sind einige weitere Tipps für Networking offline. Sei authentisch. Sei du selbst und versuche nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Sei positiv und freundlich. Die Leute werden eher mit dir in Kontakt treten, wenn du positiv und freundlich bist. Sei hilfreich. Biete anderen deine Hilfe an und sei bereit, ihnen zu helfen. Sei höflich. Sei höflich und respektvoll gegenüber anderen. Sei geduldig. Networking offline kann Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Sei geduldig und gib nicht auf. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du Networking offline erfolgreich betreiben und neue Leute kennenlernen, sich mit anderen zu vernetzen und neue Möglichkeiten entdecken. Die wichtigsten Networking-Seiten in Deutschland? Es gibt viele verschiedene Networking-Seiten in Deutschland. Hier sind einige der wichtigsten. LinkedIn ist die weltweit größte Business-Netzwerk-Plattform. Es hat über 800 Millionen Mitglieder in über 200 Ländern. LinkedIn ermöglicht es dir, mit anderen Fachleuten in deiner Branche zu verbinden, neue Jobangebote zu finden und deine Karriere voranzutreiben. Xing ist die größte deutsche Business-Netzwerk-Plattform. Es hat über 20 Millionen Mitglieder in Deutschland. Xing bietet ähnliche Funktionen wie LinkedIn, aber es richtet sich eher an deutsche Fachleute. Meetup ist eine Plattform, die es dir ermöglicht, Gruppen in deiner Nähe zu finden, die sich für deine Interessen interessieren. Du kannst Gruppen zu Themen wie Technologie, Business, Fitness, Bildung und mehr finden. Eventbrite ist eine Plattform, die es dir ermöglicht, Veranstaltungen in deiner Nähe zu finden. Du kannst Veranstaltungen zu Themen wie Konferenzen, Seminare, Workshops, Partys und mehr finden. Twitter ist ein soziales Netzwerk, das es dir ermöglicht, mit anderen Menschen über Kurznachrichten zu kommunizieren. Du kannst Twitter verwenden, um dich mit anderen Fachleuten in deiner Branche zu verbinden, neue Jobangebote zu finden und deine Karriere voranzutreiben. Diese sind nur einige der vielen verschiedenen Networking-Seiten in Deutschland. Die beste Seite für dich hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und Interessen ab. Finde neue Freunde im Internet Es gibt viele Möglichkeiten, neue Freunde im Internet zu finden. Hier sind einige Tipps. Nutze soziale Medien Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram sind eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben wie du. Du kannst Gruppen und Foren zu deinen Interessen beitreten, nach Veranstaltungen suchen oder einfach nur deine Beiträge teilen. Teilnahme an Online-Communities Es gibt viele verschiedene Online-Communities, die sich um verschiedene Interessen und Themenbereiche drehen. Du kannst an Online-Foren, Chats und Webinaren teilnehmen, um neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Besuche Online-Networking-Events Es gibt viele verschiedene Online-Networking-Events, die regelmäßig stattfinden. Diese Events sind eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich mit anderen zu vernetzen. Verwende Online-Networking-Tools Es gibt viele verschiedene Online-Networking-Tools, die dir helfen können, neue Leute kennenzulernen und dich mit anderen zu vernetzen. Diese Tools können dir helfen, deine Kontakte zu verwalten, neue Kontakte zu finden und mit anderen in Kontakt zu bleiben. Wenn du neue Freunde im Internet finden möchtest, ist es wichtig, dich aktiv zu beteiligen. Du solltest nicht nur Passivbeiträge lesen oder an Events teilnehmen. Du solltest auch aktiv mit anderen interagieren, deine Kontakte pflegen und neue Kontakte knüpfen. Hier sind einige weitere Tipps für das Finden neuer Freunde im Internet. Sei authentisch Sei du selbst und versuche nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Sei positiv und freundlich Die Leute werden eher mit dir in Kontakt treten, wenn du positiv und freundlich bist. Sei hilfreich Biete anderen deine Hilfe an und sei bereit, ihnen zu helfen. Sei höflich Sei höflich und respektvoll gegenüber anderen Sei geduldig Das Finden neuer Freunde im Internet kann Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Sei geduldig und gib nicht auf. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du neue Freunde im Internet finden und eine glücklichere und erfülltere Zeit verbringen. Kostenlose Apps zum Networking per Video-Audio-Mail Es gibt viele kostenlose Apps zum Networking per Video-Audio und E-Mail. Hier sind einige der beliebtesten. Zoom Zoom ist eine beliebte App für Videokonferenzen. Du kannst Zoom verwenden, um mit anderen Menschen in Echtzeit zu kommunizieren, egal wo sie sich befinden. Microsoft Teams ist eine beliebte App für Teamarbeit und Kollaboration. Du kannst Microsoft Teams verwenden, um mit anderen Menschen in Echtzeit zu kommunizieren, Dateien zu teilen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Microsoft Teams bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Videokonferenzen, Chat und Anrufaufzeichnung. Google Meet Google Meet ist eine beliebte App für Videokonferenzen. Du kannst Google Meet verwenden, um mit anderen Menschen in Echtzeit zu kommunizieren, egal wo sie sich befinden. Google Meet bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Bildschirmfreigabe, Chat und Anrufaufzeichnung. Skype Skype ist eine beliebte App für Videotelefonie. Du kannst Skype verwenden, um mit anderen Menschen in Echtzeit zu kommunizieren, egal wo sie sich befinden. Skype bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Dateifreigabe, Chat und Anrufaufzeichnung. WhatsApp WhatsApp ist eine beliebte App für Instant Messaging. Du kannst WhatsApp verwenden, um mit anderen Menschen zu chatten, Dateien zu teilen und Anrufe zu tätigen. WhatsApp bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Gruppenchats, Sprachnachrichten und Videoanrufe. Messenger Messenger ist eine beliebte App für Instant Messaging. Du kannst Messenger verwenden, um mit anderen Menschen zu chatten, Dateien zu teilen und Anrufe zu tätigen. Messenger bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Gruppenchats, Sprachnachrichten und Videoanrufe. E-Mail E-Mail ist eine beliebte App für die Kommunikation per E-Mail. Du kannst E-Mail verwenden, um mit anderen Menschen zu kommunizieren, egal wo sie sich befinden. E-Mail bietet auch eine Reihe von Funktionen, wie Dateianhänge, Kalenderintegration und Erinnerungen. Diese sind nur einige der vielen verschiedenen kostenlosen Apps zum Networking per Video, Audio und E-Mail. Die beste App für dich hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und Interessen ab. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand finden Sie bei Amazon oder bei HasenChat Audiobooks unter hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.